So, hallo, da bin ich wieder, euer Inselgamer und ich heiße euch herzlich willkommen hier zu Thieves the Deadly Shadows, ich will immer the sagen, aber nein, ist ja auch egal, Deadly Shadows und ja, in der letzten Folge kam ich hier nicht durch und ich habe hier nochmal auf Screen, bin ich hier nochmal rumgelaufen, habe das ein oder andere noch ein bisschen eingesammelt, also war jetzt jedenfalls kein Heiltrank, habe ich nicht gefunden, habe noch ein spezielles Beutestück gefunden und ja, das könnte ich euch eigentlich auch mal zeigen, im Moment, hier unter Objekt, ne, unter Beute ist das doch, ne, das müsste dann die goldene Glocke, oder, ist dann noch was teures, hier einige Edelsteine, Rubinkeich, das sind glaube ich die besonderen, ähm, seltenes Buch, oder, ne, teures Gemälde, das war es auch nicht, ähm, ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, welches das jetzt davon war, na, ist auch egal, oder, ähm, nun denn, äh, hier kann ich so jedenfalls zeigen, äh, mit dem speziellen Beutestück, vielleicht steht das ja sogar auch hier, aha, finden Sie mindestens einen spezielles Beutestück, da haben wir sogar zwei gefunden, ah, das ist dann wahrscheinlich das hier, ne, was jetzt zweimal da war, Moment, Beute, was haben wir denn hier zwei, ja, das muss teurer sein, wahrscheinlich diese Edelsteine, oder anders vielleicht, ne, hier, Diamanten, können auch die Diamanten gewesen sein, oder Rubinkeich, ne, nun denn, egal, jetzt haben wir einiges an Beute wieder, leider bekommen wir ja nicht diesen Wert immer eins zu eins, ist wahrscheinlich auch bei den Händlern ein bisschen anders, aber das trotzdem, äh, kriegen wir leider nicht das wieder, na, nun denn, wir beenden jetzt nun die Mission, jetzt geht es, komischerweise ging es ja in der letzten Folge leider nicht, warum auch immer, wir haben so ein Bug, aber es hat wirklich was, damit wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich jetzt noch spezielles Beutestück gefunden habe, ähm, oder einfach nur, weil ich das Spiel nochmal neu gestartet habe, okay, also denn, I found more than I bargained for, a hideous old woman who makes statues walk, who is out from my blood and knows me by name, Orland doesn't seem to have a clue, so I don't think he's my man after all, Artemis didn't leave me much to go on either, I managed to escape the ambush, but the Keepers still think I'm the enemy, in fact, I only know of one person who might be able to help me, I have a right named Inspector Drapt, ja, der Inspector Drapt, der soll da vielleicht uns helfen, ja, hm, ja, das stimmt, die, äh, wir haben immer noch keinen Beweis halt, ne, dass wir wirklich unschuldig sind, und, äh, okay, die alte Frau ist, war wohl eine alte Frau, konnten wir eigentlich gar nicht so richtig sehen, ähm, die diese Statuen belebt hatte, und das ist dann also doch nicht diese Kartusche, die Kartusche ist wirklich tot, das war kein, ja, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, dass diese Kartusche halt, ne, so eine ist, die das kann halt, ne, sich ihren eigenen Tod vortäuschen, um halt, das bedrohende Zeitalter hervor zu, ähm, einzuleiten, ne, so, ähm, hm, hm, wir haben nochmal hier ein bisschen, paar Statistiken, ähm, Aufgaben, machen wir mal einfach mal auf Weiter, so, Aufgabe erledigt, wir sind, wo, natürlich, eigentlich müssten wir, da, wo sind wir jetzt eigentlich, das ist doch nicht Gerwits Wohnung, um auf Carl gucken, ah, okay, wir sind wahrscheinlich in diesem Versteck hier, von dem anderen, der hier getötet wurde, glaube ich, oder? Hm. So, wie ist eigentlich unsere nächste Aufgabe? Suchen Sie in Ordel nach Inspector Drapt, vielleicht weiß er mehr über die Hexe, die Ihnen im Kloster der Hüter eine Falle gestellt hat, klettern Sie durch das Fenster in Grabs Arbeitszimmer. So, nach Ordel, wir müssen, okay, wie kamen wir da denn jetzt, hm, nach Ordel, hier, jetzt kommen wir da hin, alles klar, wo sind wir dann genau da, Okay, dann lassen wir uns mal hier raus, okay, wir sind jetzt hier auf dem Dach, hier waren wir noch gar nicht, ne? Okay. Nun denn. Aber komm, wie sind, wie kommen wir jeweils hier denn wieder hoch? Achso, wir könnten die Wand hoch, ah, okay, man kann hier diese Wand hochklettern, wahrscheinlich, und das, ah, okay, wusste ich noch gar nicht. Nein. Ah, mit. Das ist gar nicht gespeichert, oder? Ah, das war doof. Sorry. So, ab hier spiele ich dann wieder, ähm, war ein blöder Tod. Ähm, wir haben einen neuen Hinweis, das habe ich vorhin überlesen, glaube ich, warte mal, wo es steht. Im Grabe ist aber, warum ist das nicht nach Der Epsil, wo ist neben dem Pub in Ordel, okay, ist das der Hinweis, der neue, warum... Schöner wär's ja, ne, wenn, wenn diese Hinweise wirklich immer in der Reihenfolge stehen würden, wie sie kommen. Haha, okay, ja, das stimmt wohl. Wir müssen nur... ...nach Ordel finden, ich weiß. Ah. Die treiben sich also auch hier oben drauf. Hm. Nein. Ach, ich weiß. Hm, super. Ah, okay, sehr gut. Was, ich muss das Schloss wieder knacken? Just let us see what that was. Just, it was the end. So, mal schnell hier rein, vielleicht ist hier noch irgendwas nützliches für mich. Ein Feuerpfeil. Aber ich hätte gerne, ganz, ganz, ganz gerne, einen Heiltrank. Aber ein Heiltrank ist hier anscheinend nicht zu sehen. Schade. Hm. Kein Heiltrank. Okay. Wir sind jetzt wohl hier. Ah, okay. So weit ich wo dann nicht muss. Wir sind... So, jetzt ist wahrscheinlich der Weg auf. Nach Ordel. Da unten ist wohl noch ein Händler. Da würde ich auch eigentlich gerne... gerne hin. Hm. Nichts hier. Ja, ich... Aha! Er ist in den Straßen, er ist! Das ist richtig. Run, du coward! Stopp your running, du coward! There's no escape, Topfer! Hm. Miss, 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 miss. Think you can outrun me? How'd you get up there? Come down and fight! What's all this?! Aha! Time to die, du! Don't look so smug! I'll get to you eventually! So ein Risiko eingehen. Und dann... Almost like a... Huh! Oh no! Aha! Ohohoh! Someone's asking for it! So, hier geht's nach Ordel. Da ja! One of the richest districts of the city, where high society types take strolls in the park or visit the museum with all their leisure time. Every thief in town knows there's plenty of wealth and bubbles to be stolen among the opulents! Only a few know how to get at it, but I've got other things on my mind. It's not enough that every keeper in the city is trying to kill me, aber jetzt gibt es eine mysteriöse alte Frau neben mir auch. Also habe ich in Alldale gekommen, um den Inspektor Drept zu finden. Von dem, was ich gehört habe, ist er beschäftigt mit dem Fable eines murderers Haag und ich bin sicher, dass es eine Verbindung gibt. Ich hoffe, er hat einen Lied für mich, denn wenn er nicht, dann bin ich auf einem Tod. Nun denn, wir sind jetzt in Alldale. Leider habe ich zu spät die Aufnahmetaste gedrückt, sodass ja nur ein zwei Worte von Gerrit nicht aufgenommen worden ist, aber ihr konntet das jetzt mitlesen. Sonst müsst ihr halt auch Pause drücken, Dann könnt ihr das dann alles nochmal in Ruhe euch angucken. Jedenfalls müssen wir jetzt an Ort hier mit dem Inspector Drabd sprechen. Weil der ist da vielleicht auf einer heißen Spur, denn er ist wohl besetzt von dieser Geschichte mit der mörderischen Hexe. Wahrscheinlich ist es eigentlich dieselbe, ne? Nun denn, wir haben nun keine Energie mehr und wir bräuchten dringend Haie Tränke. Wir sind glücklich zu haben, mit dem Inspector Drabd taking offices so close. Wir sollten die Riff-Raff auf den Boden bleiben. Ich habe noch keine Unterschiede in der Riff-Rafferty. In fact, ich fühle mich nicht sicher, wenn ich meine eigene Straße durch. Und Wilson sagt, dass es ein absoluter Throng von Pagans, die über den Park genommen haben. Throng, wirklich? Ist er sicher, dass es Pagans? Vielleicht sind sie, du weißt, schabber. Either way, wann ist die letzte Zeit, dass du ein Stroll durch die Altdale-Public-Gardens hast? Hmm, Lady Cafferty. Well, just the other... Hmm. Was it... I'm sure I recall it wasn't too, too long ago. Hmm. So much for your Inspector Drabd keeping us all safe. Really, Oscar? You poo-poo everything. Besides, I really do feel safer. I'll wager you only feel safe when you're in the pub, considering the Inspector's Workshop is right near there. Am I right? Tut, tut. The discussion is over. So, also, der Untertitel hat jetzt nicht ganz dazu gepasst. War ein bisschen mit Verzögerung. Nun denn. Ähm. So, die sind fertig mit Reden, aber bleiben stehen. Vielleicht spielen die auch das Spiel, wer als erstes weggeht, hat verloren. Nun denn. Wir werden wohl nie den Gewinner erfahren. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, wir haben auch schließlich eine Karte hier über Ordale. Und wir sind wohl... Wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Wir sind... Ja, von der Altstadt wohl. Hier raus. Wenn wir jetzt hier links gehen... Da ist ein Museum, da ist ein Museum, da ist eine Pumpe. Okay, Kneipe. Aber es ist mal wieder kein Hinweis darüber, wo dieser Inspektor wohnt. Hm. Aber, na denn. Aber ich kann nicht... Aber ich, genau. Ich werde da mal speichern. Das ist eine gute Idee. Und ich gucke mal, ob ich mich... Gegenüber der Kneipe sollte so ein... Lassen wir die Maräten... Ihr habt euch doch unterhalten. Ihr könnt mich doch gar nicht entdeckt haben. Hm, da ist noch eine Wache vor der Kneipe. Und gegenüber der Kneipe ist die rote Hand. Haben wir noch Weißwoll... Keine Wasserpfeile, ne? Wollen wir sehen, ob da was da ist. Oh, warum do funny things always happen on my shift? Okay. There you are! Sie see me someone in them street! Sorry, you Huss! Miss, miss, miss. DINAPA! Ah, nix. Hab ich die Lage unerschätzt. Laufen wir doch mal dahin. Ich sagte, ich wollte es nicht sehen. Ah, komm mal. Jetzt, wer hat das schlechte Humor, ey? Schau, nicht sogar eine Schmerz. Ich glaube nicht. Aber es ist wahr. Siehst du? Gut, du hast dich. Aber das Ding hat festgelegt, dass die sehr Kugel... Ich war sicher, dass sie auf die Kugel rechnen müssen. Das Ding hat gesagt, wenn du die schlechte Humor rauskriegst... Er ist in den Straßen, sie ist! Puh. Ah, Garrett. Es ist ein langer Zeit. So lang, in fact, ich war sicher, dass du tot bist. Oder in einem Zell irgendwo. Ich glaube, ich sollte mich erinnern, wie resourceful du bist. Anyway, ich glaube, das politische, was zu tun ist, ist, dass ich dich hallo. Okay. Ähm, ja, da hast du dich halt geirrt. Ne? Ich werde niemals in einem Gefängnis verrotten. Kennst du mich nicht? A rather large hall, wouldn't you say? Ja. Also wissen nicht, was sich das jetzt angeht, aber... Eine Weile hatte ich das bei mir, ja. Ohne Energie ist das blöd. So. Ich muss nicht mal halt schneller sein. Ich werde schon mal den Lernpfeil aussuchen und dann... Ich glaube, diesmal wurde ich nicht gesehen. Ja, wir wollen alles verkaufen, wir hatten eine Weile bei uns und wir gehen wieder. Ja, tschüss. So. Da drüben ist die Kneipe, da kommen wir eh nicht rein. Was blöd, da sind die Heiden. Ah. So, also hier ist der Park, der von den Heiden eingenommen ist, wurde, ist, worden ist. Das bringt uns nicht... Scheinbar ist hier kein Laden, wir können nur Sachen verkaufen. Das ist natürlich blöd. Wir brauchen eigentlich ein paar Sachen, ne? Was? Gutzi-wutzi? Kommen wir ja nicht so nah, alte. Ähm. Ein Feuerpfeil konnte sie nicht abhalten. Hm, das ist merkwürdig, ja? Das ist eigentlich aus dieser Feuerpfeil sie getötet. Ja, alles verkaufen. Und nicht die Sachen, die hatte ich schon eine Weile dabei. So. Ah, fuck. Hm. Auf das Dach komme ich nicht, ne? Ja. Ich wusste, dass etwas da war. Just wie ich jetzt weiß, dass es weg ist. Ja. Hm. Joa. Na gut. Versuchen wir erst mal, ob wir den irgendwie erwischen. Der Eier da so ein bisschen rum, ne? Der hat ein bisschen was getrunken, glaube ich. So. Oh. Hm. 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 Wie ist das Ding, Lugins? Ich bin hier wieder ein Star, sehr beliebt, da ist mein Tourplakat, wann ich hier meinen Auftritt Nein, leider bin ich hier einer der Most Wanted. Oh mein... Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Du kriegst mich hier nicht. Du kriegst mich hier nicht. So, dann mal schnell weiter hier. Wahrscheinlich nach nichts, und ich mit meinem Schrank. Du kriegst einen Job, warum nicht? Oh, oh. Hm. Wir haben keinen Wasserpfeil. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Da komme ich auch nicht rein? Da oben komme ich, was machen die da denn? Ich habe gesagt, es ist nicht dein Shoppen. Es ist meine. Ich habe das Gefühl, ich gehe in die Stadt, ich gehe in die Stadt. Ich habe Freunden in hohe Pläne. Das ist ein Vergnügen. Ich dachte, ich habe gehört. Hm, hier ist auch nichts. Da ist irgendwas abgesperrt, warum auch immer. Ah, das klingt ja auch nichts, oder? Wenn man das knackt hier. Das klingt ja fast wie ein Fogartier, du Burr. Ich mache mich ein Beispiel aus dir. Schraub, ich liebe dich. Hey, blöde, Hilfe! Ich habe das gesehen. Ich habe dich gefunden. Jetzt sterbe, Taffer! Du bist tot! Ich habe dich, Taffer. Ah. Schraub, Taffer. Hey! Wo sind Sie? Ich höre, dein Flugzeug ist Tag! Ich habe mich nicht gesehen. Okay, er hat mich wahrscheinlich... ...nicht gesehen. So richtig zumindest nicht. Ach du Scheiße. Beide ich nicht zu sehen... ...die guckt nach der Schraubende hervorhebende Sind. Uhhhh! Oh! Ich habe ein Gefühl, dass das mich beschäftigt echter Probleme fühlen! Oh, Mist. Hm, wo könnte dieser Draft sein? Hm, wenn ich einen Rap gefunden habe, dann beende ich hier die Aufnahme. Da stehen wir. Well, of course they died, Amanda, old girl. The two of them didn't have half a brain between them. Exactly my point, Zachary. The mother, now she had a brain and a plan. Women often do. The whole thing was her idea. Trouble is, they were too pea-brained to pull it off. Snuffed out by some security device, of course. But after, they were already inside the museum. Well, if you're game, I am too. Should be an absolute bundle of fun. I can't wait to outwit a guard. I do hope they'll be guards. But we should do it soon, before the city watch discover that tunnel we found. Really, Zachary? If they haven't found the tunnel yet, there's no reason to think they'll ever find it. No. There's time for more planning before our naughty little heist. You're not going to spoil the fun and go all scaredy-cat on me, are you, Amanda? Of course not, Zachy-poo. I just want everything to go perfectly. I mean, there's only one museum, and I don't want to rush in without the right outfit. Quite right, darling. Proper attire. I hadn't thought of that. Mhm. Mhm. Oh. Da wollen welche in das Museum einbrechen, durch einen geheimen Tunnel. Da sind wieder die Heiden. Hm. Hm. Aber wo ist dieser Dread? Das ist jedenfalls das Museum, ja. Hm. Und bei dem Wasser? Hier muss eine Pumpe sein. Pump-Haus regelt den Wasserstand des Kanals. Okay. Aber verschlossen. Hm. Die Fenster auf dem Lanut. Die Fenster auf dem Lass ist, dunke, schief den졌. Ich werde ja wohl hier nicht. Obwohl was vom contraction des están Mmmh. Was ist denn in der busy Start? Oder was steht denn da vor der Zeit? Vorgeste die Goldschmiede bleibt bis auf weiteres Geschlossene 2. Goldschmiede ist ja nicht schlecht Vielleicht ist er auch ein bisschen Gold Wir kommen da eh nicht rein Aber warum? Warum? Ich kann gar nicht in meine eigenen Shoppen Ja, so. Ich habe gesagt, es ist nicht dein Shoppen mehr. Es ist meine Du kannst das nicht tun! Ich gehe in die Stadt und schaue! Ich habe Freunden in hohe Pläste! Natürlich, erzähl deine Freunden, wie du mir verdienst. Sie werden wirklich sehr speziell interessiert in diese Partie. Du bist sicher, dass du deine Freunden auf die Dinge verdienst? Du hast sie über die Jahre gesehen? Ja, ich... 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 Nein... In diesen Und die Aufnahme... Ja, ich blende jetzt hier die Aufnahme! Und leider haben wir den Drab noch nicht gefunden. Wo sein Büro ist oder sein... seine Wohnung. Aber vielleicht finden wir das ja in der nächsten Folge. Also bis dahin, euer Inselgemer, tschüss!